Musik Kommt doch näher, näher ran, damit das Christkind sehen kann, wie eure Augen hier im Dunkeln von Neugier und Erwartung funken. Aber die frohe Botschaft, die ich Ihnen heute verkünde, ist die große Ehre, unserem romantischen Tonotaxis Weihnachtsmarkt wird die große Ehre zuteilen, dass unser junger Ministerpräsident Söder heute Abend bei uns hier zu Gast ist. Und ich darf ihn jetzt mit Ihrem Applaus, mit Ihrem Applaus, ihn auf die Bühne bitten, meine sehr verehrten Damen und Herren, er hat echt Ruhe da unten auf den billigen Plätzen. Applaus 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 Applaus